Bayersdorf. Am Vormittag des 2. Mai kurz vor 11 Uhr geriet im Grimma Ortsteil Bayersdorf eine Holzschreddermaschine während des Betriebes in Brand. Die freiwilligen Feuerwehren aus Grimma, Großboten, Hohenstedt und Trebsen rückten zum Unternehmen für Spielplätze und Freizeitanlagen an. Zur Brandbekämpfung und Ermittlung der Brandherde kam ebenso eine Drohne zum Einsatz. Der Brand, der aus bisher ungeklärter Ursache entstand, wurde schnell unter Kontrolle gebracht.